Greifen die dich an? Nö, nur die scheiß Zombies und Skelette. Oh, jetzt hab ich falsch gemacht. Weizen darf ich nicht so... 39. Ha. Ah. Die scheiß Bond-Set sterben. Möchtest mal, war ich echt... Möchtest mal, war ich echt... Ne, Kartoffel. Kartoffel ist doch auch Salat, ne? Oh, greift mich doch nicht mal alle an. Die mögen dir. Ja, ist blöd, wenn ich grad einen Punkt setzen würde. Die wollen dein Fleisch. Soll ich zu dir kommen? Ad Warp. Read. Born. Oben. Wie ist der Tintenfisch? Ich bin ein Hologramm. Hat er dir eins gegeben? Nö. Arroganter Arsch. Töte ihn dafür. Töte seinen Lachs, Freunde. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oh, da war ein Fisch. Ich hab ein Torte, Herr Sipi. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab die gestern gekauft. Die liegt jetzt im Kühlschrank. Wunderschön, ne? Hm. Ich will einen hinten Fischkopf. Gib her. Ich will einen Deimtortenkopf. Der sieht bestimmt schön aus. Wenn du denn nachher mal wieder Zeit haben solltest... ...und eine freie Hand, dann kannst du mal bitte die Musik wieder anmachen. Ich? Freie Hand? Ja, ich sag ja nur, wenn nicht, dann nicht. Ich mein, ich hab hier Vögel gezwitschert. Das ist auch sehr schön. Das ist doch... Der meckere nicht. Ich meckere nicht, das war nur ein Hinweis. Oh, jetzt wieder die doofe Musik. Das freut dir. Hallo? Andere Musik jetzt einfügen. Ist ja zu einfach. Ah, ich mach gleich meine Playlist an. Nein, Ridschkid. Was? Also, ich hab gesagt, ich geh aus dem Kanal. Also, Poltermusik kann ich mich nicht anhören. Die war doch wunderschön. Ja, ja, ja. Die haben wir nur Jahrzehnte benutzt. Siehste, siehste. Da kommt's raus. Das ist auch immer die gleiche. Oh, eine Sonnenblume. Ridsch. 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 Man kann's doch so gut singen, dann machst du eigene Musik. Ich kann singen. Das halte ich aber für ein Gerücht. Oh, ich sag das nicht. Ich kann mit meinem Körper Geräusche machen, das stimmt. Aber die hören sich nicht so gut an. Oh, komm doch her, Mann. Pflücke Blumen. Oh, ich hab jetzt genug Blumen gepflückt. Oh, Mann. Die Töte kriegt bei wenigstens noch Erfahrungspunkte. Die Blumen? Blumen töd ich auch, generell. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin bei dir zu Hause. Wohin sie aber nicht. War? Das ist mein Haus. Spinne. Oh, neben mir ist auch noch ein Dorf, seh ich grad. Spinne. Ich hab ein Spin-Dings. Wie viel Lachs ist denn auf einmal hier gespawnt? Guck mal, was ich hab hier. Hab ich hier kuscheln? Nein, ich will nicht kuscheln. Also unsere Nahrungsprobleme haben sich erledigt. Müssen wir jetzt immer Fisch essen? Oh, das sieht sogar von, auf einem Manny-Map sieht das sogar ganz gut. aus, behaupte ich mal. Aber ich glaub, ich krieg das heute wieder nicht fertig, weil ich hier mich wieder mit Nebensächlichkeiten immer beschäftigen muss. Hier friert das Wasser ein. Warum? Weißt du, was zu einfach ist? Dann krieg ich dann jetzt keine Fischköpfe mehr. So wichtig wie Fischköpfe. Kann man meinen Kopf nicht selbst abnehmen. Hauptnahrungsmittel mit deinem Fisch? Genau. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Ist gesund. Ja, ich ess gern Fisch. Versteh gar nicht, dass es Leute gibt, die den nicht mögen. Ich kenn nur Fischstäbchen. Ja. Äh, Fischstäbchen. Fisch vor allen Dingen. Fußstäbchen. Oder Fischstäbchen aus Aluminium-Packung. Hallo, Freunde. Mein Kopf. Ich muss was essen. Ich hab gehülpst. Ich muss was essen. Was ist mit dir los? Bist du krank? Ich hab gehülpst, Herr Sepi. Ähm. Kann ich hier noch irgendwas? Nein. Ach, die Muschel kann ich hier mit reintun. So. Wie sieht das überhaupt aus? Hallo, Freunde. Ich bin's, euer Friederling. Oh, schön, dass es regnet. Also bei mir schneit es. Ich hab das drinne gelassen, ne? Ich bin so doof. Drinne. Mir schneit es immer. Ich kann... Arbeit es schneit. Warum ist hier ein Skelett-Mann drin, ne? Hallo, Freunde. Warum? Ich bin's, euer Friederling. Äh, du stirbst auch. Oh, ich bin doch noch so jung. Warum soll ich denn schon gehen? Mit 40 bist du nicht mehr jung. Ich bin aber schon ein bisschen jünger, ne? Ich bin doch nicht 40. Nein. 41. Ich bin alt und würzig. Auf den Grill packe ich die trotzdem nicht mehr. Da kommt ein junges Gemüse rauf, zwischen 4 und 8. Acht Jahre altes Gemüse. Wer will denn das noch essen? Ja, frisch gebraunes Gemüse will ja keiner essen. Äh. Äh. Aber gut würzig schmecken. Äh. Äh. Schmeckt wie Hütenchen. Äh. Musst du nun mal eine China fangen. Ist auch nur eine Katze. Äh. Ich weiß, das war jetzt nicht sehr konsequent. Mit meinem Äh. Ich bin ein Fisch. Äh. Ich bin ein Fisch. Entschuldigung. Aber hier sind ja die Schlaftabletten. Und dann darf ich auch mal gehen. Ja, die Nacht war kurz. Ich bin heute wieder aus dem Bett gefallen. Hallo, Freunde. Ich bin zu eurer Pfeil, Dolly. Du musst mal eine Fallschutzmatratze hinlegen. Sowas gibt es? Wow. Und wie verhindert die das Fall? Indem man drauf fällt und sich nichts tut. Ach, sowas brauche ich. Dann kommst du dann zum Dienst und dann liegen die Leute alle auf dem Fußbrunnen auf der Matratze. Ja, cool. Und schlafen. Ja. Das ist doch schön. Dann brauchst du ja noch nie mal einen Sturzprodukt anschreiben. Nö. Er ist nur ins Bett gefallen. Richtig. Wie sie es gehört. Ja. Ich habe es falsch gemacht. Ha, 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 ha. Das kann ich gut. So, jetzt müssen wir noch den Fisch brutzeln. Was mache ich denn braten? Das Kaninchen oben. Ja, das habe ich da vorne doch bei mir gefunden. Ich kann auch nichts dafür, wenn das da drin ist. Ich habe jetzt zweimal 64 Tittenbeutel. Du hast jetzt 64 Tittenbeutel? Ja, auch mal zwei. Das ist aber cool. Mal die Köpfe hier rein. Wo sind denn die Fackeln nach da oben? Klack. Ja, Fridolin. So. Ja, Fridolin. Oh, das ist ja alles schlimm. Ich habe da vorhin extra noch einen Kaffee getrunken, weil ich schon gemerkt habe, dass ich müde werde. Oh, nee. Ich trinke zu viel Kaffee. Es wirkt halt nicht mehr. Ich trinke viel zu wenig. Warum fordern die denn das glauben? Du musst mir das glauben. Ich trinke viel zu wenig Kaffee. Der Doktor hat gesagt, ich muss mehr Kaffee trinken. Mhm. Ich habe jetzt gleich acht Stacks Top-Baton. Ich könnte deine Hilfe brauchen beim Nass machen. Ey, ich muss Pullen? Also, Fridolin kannst du, glaube ich, nicht draufschitten. Hast du keine Ahnung? Wie macht man das? Mit Wasser? Gibt schon Sinn, ja. Wo wollen wir denn Wasser herkriegen? Bei dir hinten ist ja... Ach, der ist aus dem Brunnen, ne? Ist. Ja, woher denn sonst? Da ist doch Wasser. Warum kippst du den Beton nicht einfach im Brunnen? Viel zu einfach. Wo bist du überhaupt? Arbeiten. Ja. Aber ich sehe dich hier nirgendwo. Ich halte hart aus. Ich bin noch bei dir. Glaub ich. Also, ich kann beweisen, dass hier keiner beim Marktplatz ist. Nö. Oh, das ist hübsch. Hier lauft da kein Trockenbeton her. Wo stellst du den denn her? Bei der Basis. So. Ich bin viel zu weit weg, sonst der Weg. Lauffaul, denk dran. Dass du faul bist, ja, das wollte ich. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Bei welcher Basis denn bei unserer? Ich sehe, da bist du. Oh, das sieht aber hübsch aus. Wenn ich das ja mal fertig hab, irgendwann mal. Da ist schon wieder ein Frigolin. Ich komm jetzt. Nunne. Hallo, Freunde. Du brauchst Wasser, sagtest du, ne? Ich bin ein neuer Frigolin. Ähm. Nein, nein, nein. Habst du schulen? Habst du schulen? Nein, nein. Habst du schulen? Habst du schulen? Habst du schulen? Habst du schulen? Hallo, Freunde. Ich bin's, euer Frigolin. Ich hab hier zweimal Wasser. Hallo, Freunde. Was ist das für ein Korb? Ich bin's, euer Frigolin. Hintenfisch. Haha, die Augen. Hübsch. Denk aber nicht, dass das geht. Was soll ich da jetzt? Wasser raufspritzen, oder was? Das muss dann eben... Wie soll ich das einfach hier so hinmachen? Ja. Nur mal einen geraden Weg. Da hast du... Gerade. Wie soll ich das denn machen? Ja, setz doch mal hier hin. Hier? Ja, siehste. Äh. Tschüss. War nett, dich gekannt zu haben. Blatsch, 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 Blatsch. Boom, wären das Blöcke. So einfach? Ja, müssen nur in Kontakt mit Wasser kommen. Einer platziert, einer muss abkommen. Ich hab aber volles Inventar. Dann nimm deinen Rucksack in die Hand. Ja, das nützt aber viel, wenn ich den in die Hand nehm. Also den Rucksack, den Rucksack natürlich. Dann hast du noch Beton im Inventar. Grauen Trockenbeton hab ich im Inventar, ja. Ja. Ich muss erst mal ein bisschen... Oh, hier ist ja alles voll. Ich kann hier gar nichts loswerden. Alles hat er voll gemölt. Das ist mein Part. Hör auf damit, das hab ich dir verboten. Hallo, Freunde. Ich bin euer Friedolin. So, jetzt hab ich ein bisschen Platz. Da hast du auch deine Super-Pick-Exos. Nein. Oh. Hast du etwa das Eis kaputt gemacht? Das warst du. Ich war gar nicht in der Nähe. Das hast du vergessen und bist schwer dement. Die Musik währenddessen auch aufhört. Ich ahne. Jetzt hab ich's aber gesehen. Das waren nur deine schweren Knochen. Ich flüge. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt noch einmal grauen Trockenbeton. Warum hab ich grauen Trockenbeton? Hab ich den jetzt im Rucksack getan? Äh. Tatsächlich. Man braucht das bloß raufziehen. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Huch, 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 huch. Lass Curry in Ruhe. Der will auch nur spielen. Ja, lebt doch noch. Ach, der ist ja gut. Lebt jetzt im Curryland. Kann das Wasser mal zuwachsen. Das Wasser fließt nicht. Ich hatte noch einen Eimer irgendwo. Da. Das liegt hier dran an deine Löchers. Ich weiß. Wie gesagt, das Wasser muss man zuführen. Ich hab 29 grauen Beton. Möchtest du die haben? Schmeiß hin. Da hast du. Ich schmeiß hin. Ich hab die Nase voll. Ich schmeiß hin. Kannst du das Wasser noch hier hin platzieren? Ja, kann ich. Ich brauche ja nur einen, ne? Guck mal, was da im Wasser schwimmt. Da. Hintenbeutel. Ja. Da sind ganz viele Tintenbeutel. Ich mach das jetzt hier, ne? Wo ich stehe. Oh, der schmützt. Ist mir eine ansehnliche Fläche, geht ja schon mal, ne? Ihm. Oh. Ups. Blockblich bricht. Du, dein Blöcken ist schlecht. Die brechen. Ja. Macht nix. Die kriegen kleine Kinderblöcke. Schön. Sparen wir Kosten. Willst du Kinderblöcke verarbeiten? Warum nicht? Das ist ja deine Kinderarbeit. Und? Ist du Minecraft verlaubt? Nein, ist verboten. Hier gilt das deutsche Gesetz nicht. Das ist internationales Gesetz. Hier ist einer Block geblieben. Ja, aber Deutschland Ulfretopia ist nicht in der EU oder im Land. Tschüss. Ich wollte ja nur, dass der eine Block wieder ein Block wird. Ein Block wird. Der war noch grau. Beton. Komm, bleib doch hier. Du wirst noch gebrauchen. Warte. Nee, nee. So, da. Wie die noch weg gleiten. Ja. Wie viel hast du denn noch von dem Scheiß? Ich will doch erst grad mal die ersten Stacks. Boah. Dann war das aber eine erfolgreiche... Warte mal, ich muss noch was umstellen. In Aktion. Wird ich mal an mein Getränk kommen. Exipose. Äh. Ist der unterschiedlich farbig? Nein, das ist jetzt schwarz. Jawohl, die hinteren hier grau sind. Weil es grauer Beton ist. Ach so. Das ist aber Beton, ne? Grauer Beton. Gott. Da war das Wasser zugefroren. Frechheit. Nur alles aus Graubauen in der Tribüne geht ja auch nicht. Ich glaub, ich muss mir dann nachher erstmal eine Spitzhacke... ...meine Spitzhacke reparieren. Die macht nicht mehr lange. Ha, da, da. Ja. Und du so? Ah, ich hab grad in die Hose gekackt. Na, ist das schön. Ich gepollert. Oh, das ist auch schön. Ja, deswegen ist es noch schön warm. Und es verteilt sich. Und ich hab's schön cremig. So, ein richtig schönes Gefühl. Oh Gott. Musst du später den alten Fleder erzählen. Der muss das nämlich eintragen. Das ist ein schönes Gefühl, wa? So, Herr Sebi, ich mach dir noch eine... Ach so, du machst dir selber eine. Ich baue mir mal schnell eine Spitzhacke, ne? Ich bin gleich wieder da. Das kostet extra. Was? Ich hab die Diamanten mit dir zusammengeklaut. Ey, das soll doch ein Geheimnis bleiben. Ich hab das nicht gesagt. Gut, haben wir noch bei Danny geklaut.